So, machen wir noch ein Bonus-Ding. Ihr wisst doch, ihr könnt nicht davon losgehen. Das ist dieses legendäre Steam-Game, das ich schon 17 Mal erwähnt habe. Und zwar, ich gucke nochmal genau, nicht dass ich euch jetzt was Falsches sage, und das möchte ich ja nicht. Das Ding ist Bubsy Too Fuh. Das ist ja wie lustig. Und ihr seht, man kann jetzt Bubsy 1 wählen oder Bubsy 2. Es sind beides die Super Nintendo-Versionen, also die, die wir gemacht haben. Und ich glaube, das wird so verramscht von 1 oder 2 Euro, falls irgendeiner wahnsinnig Lust hat, Bubsy zu machen. Dann ist das jetzt eure Chance. Ihr könnt, ich gucke mal, glaube ich mal, Optionen. Genau, man kann das Display ändern. Man hat Save-Slots. Also, falls jetzt tatsächlich irgendeiner Bock hat, Bubsy durchzuspielen, kann er das jederzeit. Und ja, es ist aber nicht die Version, die von Bubsy 1, die Super Bubsy-Version für Windows 95. Die ist es nicht. Die scheint irgendwie auch geheimnisvoll fast verschollen zu sein. Aber das ist hier sozusagen ein Super Nintendo-Emulator bei Steam. Steam hat ja gerne solche Sachen. Das ist das auch. Ich glaube, mehr möchte ich auch gar nicht davon zeigen. Ich weiß gar nicht, ob das Ding Achievements hat. Ich weiß, dass es Sammelkarten hat. Das sehe ich schon. Aber, nun ja. Das gibt es bei Steam eben auch. So. Das war der Bonus-Part. Lebt damit. Das war der Bonus-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-Partner-